Lesen aber keinen Kommentar, aber, äh doch, Kommentar von mir, aber ein anderer, aber erst einmal, hallo da seid's, und willkommen zurück bei Tell Me Why. Die letzten Monate sind fast leer, nur ein paar Termine, die meisten abgesagt. Und was für Termine? Friseurtermine, vielleicht. Oh ja, das hat sie für eine Weile gemacht. Da gibt's einen Kommentar. Kann man auch in die Zukunft blättern? Gibt's Zukunftspläne? Nee, ne? Nee. Also nicht im nächsten Monat, da ist schon ein Zukunftsplan, aber... Ende April geht's nicht. Der 11. März 2005... Ich dachte, nach all der Zeit, sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. War ein Freitag. Wer ist er denn hier mit seinem Helm? Könnte man jetzt wieder quatschen? Schnell weg. Komm hier, Band, eine Erinnerung. Ähm, Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom. Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen. Quemle weiter so, und aus dem nächsten Jahr wird ein Nie. Schneidest du mir die Haare? Die sind kurz, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Hm. Es hat so genervt, dass Mary Ann zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett haupt gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt. Doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Allen voran wegen der kurzen Haare und Nein, der Reaktion ist anzunehmen, dass das der Teil da war. Aber im ersten Moment denkt man bei Eishockey doch an Erlösen. Nee. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ich vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen Eisenkakao. Das geht gut. Mary Ann war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah. Deswegen war es so schön. Keine Mary Ann. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten, sahen dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Mary Ann wusste von nichts. Zwei Sofas, Couches. Ich würde gern unterm Tisch was hervorkramen. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Mary Ann Ronan gehört zu haben. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Mary Ann Ronan gehört zu haben. So. Ich habe mir mal das Tablet geschnappt. Al Gore. Ist ein US-amerikanischer Politiker, Unternehmer sowie Umweltschützer. Von 1993 bis 2001 war er unter Präsident Bill Clinton, der 45. Vizepräsident Vereinigten Staaten 2007, erhielt er den Friedensnobelpreis. Geboren 1948, lebt offenbar noch. Zumindest gibt es kein Enddatum. Was mir nämlich gerade aufgefallen ist. Ich hatte nach all der Zeit, sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Ich habe mir gerade eben, ich habe ja gerade vorgelesen, was ich hier gelesen habe. Es ist bestimmt noch da. Ich sollte in unserem Zimmer nachsehen. Zu dem Al Gore und ich konnte mich erinnern, bei dem 31.03., da war doch was vermerkt. Ja, ein Punkt. Und dieser Typ, dieser Al Gore, heißt mit Namen Albert Arnold Al Gore Jr., der hat nämlich am 31. März Geburtstag 1948. Ist bei den Vormonaten auch am letzten Tag so ein Kringel? Vielleicht ist das ja irgendwie ein Mond, Vollmond-Tag? Ne, hier ist überhaupt kein Punkt. Ich glaube, das hat eine Bewandtnis. Ich glaube, das hängt mit dem Typen zusammen, mit dem Al Gore. Hat er sich einfach einen Punkt im Kalender gemacht mit hier, meinem Vorbild oder was auch immer? Hoppala. Es ist nicht der Punkt für hier die nächste Seite, also da, wo die oben eingehangen wird, damit die auch oben bleibt. Ich dachte, nach all der Zeit, sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Aber auch interessant, dass hier kein Punkt ist für nach oben klappen, ne? Vielleicht ist dieser, in Anführungszeichen, Punkt einfach nur verschoben. Der ist wirklich für das Kalenderblatt da oben einhängend da. Aber ist schon seltsam. Die Position ist eine andere. Und der 31. März, wenn ich da von Al Gore höre und dann nachgucke, der hat ja Geburtstag. Das ist doch kein Zufall, oder? Hm. Boah, hier die Spinnwebe, die sieht man kaum. Die hier direkt vor Teilhers Kopf. Also da oben sieht man deutlich, aber das Ding hier am Schrank gerade. Vorsicht, da ist ein Riesenspinnnetz. Das Sofa ist kleiner. Es ist bestimmt noch da. Ich sollte in unserem Zimmer nachsehen. Ach, jetzt doch noch nicht. Ich meine, es ist die Hauptaufgabe. Und Hauptaufgaben sollte man immer zum Schluss machen, sonst verpasst man noch was. Ja. Finde die Scherztruhe im alten Zimmer der Zwillinge. Ein ganz breites Klopapier. Könnte auch Küchenrolle sagen. Flipp. Flipp. Halloween und jemand, der Vorliebe für Halloween hat und Polaroids mag. Ob das auch ein Hintergedanke von Dontnod ist? Das ist doch bewusst so gemacht. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Es hat sie glücklich gemacht. Und ehrlich gesagt war es schön, sie lächeln zu sehen. Das stimmt. Alles okay? All diese fröhlichen Bilder sehen jetzt so traurig aus. So inszeniert. Ich weiß. Ja, einfach nach dem ganz schrecklichen Ereignis. Die war auch bestimmt vorher gerne mal schrecklich, die Mary Ann, aber. So Erinnerungen oder einfach Momentaufnahmen, wo man sieht, hey, da waren alle gerade mal für einen Moment glücklich. Und das dann eben in Relation zu sehen mit Mary Ann ist nicht mehr und was da an diesem 1. März passiert ist, das macht es dann eben so traurig. Weil man sich vielleicht fragt, wie konnte es dazu kommen oder warum haben wir das nicht mehr oder warum war das nicht immer so? Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vinci's. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Vielleicht. Vielleicht liegen ein paar auf den Tresen, die wir dann einsammeln können. Sie hat immer bei Fotowettbewerben mitgemacht. Wieso wollte sie damit irgendwie groß rauskommen? Wollte sie damit in eine Galerie? Vielleicht in eine, die da heißt Zeitgeist? Ah, ich mag diese Anspielung, die ich mir auch selber zusammendrehe. Wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich gar nicht bewusst gemacht, aber Polaroid und jemand, der Halloween mag und diesen Kürbis zu sehen, da werde ich stutzig. Aber sowas von. Hey, nicht einschlafen. Da hängt auch wieder an dieses Zeug, was da hinten an der Wand hängt. Im Gang. An die erinnere ich mich nicht. Wahrscheinlich eins von Maryanns unfertigen Meisterwerken. Es gibt zwei Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Maryanns gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Hm, welcher hat das Sam dir auch dahingestellt? Ich wollte ja gerne mal unter den Tisch gucken. Moment. Ich dachte, hier liegt eine Tür. Nein, das ist ein Teppich. Man kann dort nur noch nichts wahrnehmen. Was eigentlich mit dem Papierflieger? Sieht man den jetzt auch schon? Wäre ja schlimm, wenn er jetzt noch nicht da wäre. Ja, da oben ist einer. Zumindest sieht das hier ziemlich spitz aus. Das ist eine Spielkiste. Ist noch Bälle drin. Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Hier, Gratis-Codes, Rabatt-Codes. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid. Wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Wein gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Oli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Was liest du da? Lesekram. Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase. Weißt du noch? Langeweile als Belehrung. Eine tolle Strategie. Langeweile als Belehrung. Alte Bücher. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Was ist mit dir? Denkst du, du bist begabt? Dann wäre ich wohl kaum hier. Was? Hier? Mit mir in diesem Haus? Ich meine nicht mal in der Nähe. Ich wäre in Juno oder Seattle oder so. Seattle. Das ist dein Ernst? Das hat die noch bewusster gemacht. Space Needle beim Eddy auf dem Kamin ist größer. Warum wollten alle nach Seattle? Weil es da verdammt grün ist, zum Beispiel. Weil es da so schön oft regnet. Okay, dann sind wir unten durch. Oder versteckst du noch was, Alice? Ich würde ja gerne mal unter den Tisch gucken. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wenn ich jetzt gerade in den Papierflieger denke, was wir dann machen werden, um den runterzubekommen. Es ist bestimmt noch da. Ich sollte in unserem Zimmer nachsehen. Naja, Sachen gleich machen. Wobei es ja auch interessant gewesen wäre, das Vogelhaus mal nicht zu befüllen und mal zu gucken, ob es dann doch eine Konsequenz gibt, obwohl es kein direktes Zeichen dafür gab. Naja, könnte man ja noch einen möglichen dritten Durchlauf machen. Oh Mann, diese möglichen weiteren Durchläufe, allen voran die dritten. Das ist gerade bei solchen Adventuren, das ist bei mir irgendwie besonders schlimm, die mir besonders gefallen, wo man Entscheidungen trifft, die immer und immer wieder zu spielen. Als ob die Liste der Spiele, die noch gar nicht gespielt wurden, nicht schon lang genug wäre. Aber irgendwann kann ich mir gut vorstellen, spielen wir auch Tell Me Why nochmal und erleben das. Und dann könnte man ja nur das anders machen. Aber daran muss man auch denken bis dahin. Es könnte ja Jahre dauern und boah. Boah. Ja, Überraschung. Mal gucken, ob daran gedacht wird, falls Tell Me Why noch ein drittes Mal hier laufen wird. Da bin ich selbst gespannt, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wer weiß, was die Zeit da bringt. Ich habe gesagt, ich will es nicht anders machen, weil es mir einfach so gefällt, aber der Gedanke ist halt auch cool. Zu gucken, ob so eine Kleinigkeit, die gar nicht als Konsequenz und so angezeigt wird, diese Tat wird Konsequenzen haben, ob die vielleicht auch eine Relevanz hat. Wie der Teppich hier geschwungen wurde. Für meinen Geschmack sieht er noch zu unfaltig aus. Für das ist doch ein Teppich, der normalerweise gerade verläuft, aber ich habe da auch keine Erfahrung mit einem geraden Teppich um eine Kurve legen. Wollte schon sagen, da könnte man blöd hängen bleiben im Dunkeln und ist das Ding eigentlich auf den Stufen befestigt? Ja, an jeder Stufe ist das Ding befestigt. Der ist wohl da, damit das hier auf der Treppe rumlaufen nicht so laut ist. Klingt trotzdem noch laut. Oh, hier ist Staub zu sehen. Es ist bestimmt noch da. Ich sollte in unserem Zimmer nachsehen. Das ist auch ein cooles Detail. Könnte man ja einfach weglassen. Es würde nicht viel... Wenn man es nicht kennt, dann vermisst man es auch nicht. Wobei, vielleicht doch. Nur ganz, ganz wenige vermissen das, aber dieses kleine Detail, dieses kleine Detail finde ich cool. Dass man hier einfach den Staub fliegen sieht. Gott, hier oben müssen wir aufpassen, wenn wir eingeklemmt werden. Papierpfleger, ich sehe dich. Wo kommst du denn her? Wie man so mit einem Buch sprechen kann. Na, ich finde es gut, dass man so mit Sachen reden kann. Ein Schweif aus zwei Schwertern. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Kleiner Schlingel, du. Ist das auch so eine Art Kraft hier oder das da unten? Die pflanzt noch recht gut aus. Osteier. Osteier. Wenn du nicht bald hochkommst, nehme ich mir alles, was ich möchte aus unserem Zimmer. Niemals. Warte auf mich. Oh, das ist so gut. Na, ich mag, wie die beiden einfach miteinander reden, wie sie miteinander umgehen. Das ist so gut. Tyler, bitte melden. Wenn wir uns nicht beeilen, schmilzt das ganze Ding. Bitte melden. Verstanden. Ich lege gleich los. Der wilde Jäger soll uns ja nicht erwischen. Over. Der wilde Jäger. Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich wünschte, ich könnte ihn vergessen. Wie wäre es, ihn mal zu sehen? Jetzt meine ich gar nicht den wirklichen, echten, wilden Jäger. Ich meine, wie wäre es, wenn man sich in der Polizeistation auf dem Polizeirevier beim Essen einladen nochmal umdreht? Uuuuh. Los, Kommentar abgeben. Wenn man irgendwo mit einem der beiden verweilt, kann man ja noch in einen Dialog kommen. Aber hier jetzt offenbar nicht. Na dann. Aufpassen, hier kann man sich einklemmen. Oh Mann. So viel zu meinem Traum, Eishockey-Star zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Auch mal reingucken wollen. Erlösen zieht das durch. Noch. Mit dem Eishockey. Hockey Club Dallas. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Das war mein Lieblingsfilm. Damals. The City of Love. Äh, äh. Äh. Hey, den haben wir doch vorhin gesehen. Genau den gleichen. Protect Oceans. Bei Wahlen bin ich auch etwas, ja, gezeichnet, disornored und eben auch Life is Strange. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. So ein Arsch, wie erlösen das sagt. Ja. Da Marianne selbst künstlerisch so veranlagt ist und denken wir mal an die Scheune da oben, was sie da alles mit den Wänden gemacht hat, war das für die Kinder kein Problem, auch mal die Wände zu beschmieren. Sonst heißt es immer, ach ja, was soll denn das, das Malbuch oder nicht die Wände bemalen, aber das ist hier überhaupt kein Problem. Das war dann der Vorteil von der Marianne als Mama. Unser Freund aus dem All. Steht denn das mit dem Freund? Our Space Contact. Da ist ganz schön viel hineininterpretiert worden. Polarlichter. Basketball. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Na, scheiße. Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Was, die ganze Zeit in dieser Truhe? Aber wir können uns ja noch weiter hier umgucken, aber gehen bestimmte Sachen da nicht mehr anzugucken. Boah, jetzt war ich zu sehr in Gedanken mit hier der Reihe nach, alles angucken, was mir in den Sinn kommt, aber dass das Buch, was jetzt das nächste Ziel ist, dass es in der Schachtel ist. Mist. Ja, wir kommen jetzt nicht drum herum. All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr Auflager. Marianne hat viele geschrieben. Ja. Nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. So, jetzt könnten wir wieder eine 2-Stunden-Folge draus machen oder eine 2-Stunden- und 23-Minuten-Folge. Ich würde es jetzt aber mal nicht vorlesen. Ich meine, klar, nochmal auffrischen. Allen voran auch mit dem mehr Wissen, was wir jetzt haben. Durch einen Durchlauf wäre das vielleicht nochmal interessant, jetzt vielleicht nochmal anders zu sehen. Aber ich würde es mal lassen. Wenn wir hier nochmal einen dritten Durchlauf angehen sollten, dann stelle ich meine Aussicht, dass das wieder vorgetragen wird. Na, aber jetzt nicht. Jetzt kommt schon die Erinnerung. Mom. 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 Mom, wo ist es? Was hast du damit gemacht? Was denn? Mein Tagebuch ist weg. Du hast es gestohlen. Gib es her. Schatz, alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Ja, dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst. Ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nichts gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Alison. Meine Gedanken aufzuschreiben, half mir zu sehen, wer ich bin. Gut, dann suchen wir es. Ob Ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so heiß drauf reinzugehen. Ich weiß. Doch wir kommen nicht drum herum. Und ich brauche es zurück. Wie kann man eben auch zwischen Sequenzen oder entscheidende Momente einfach nur mit Instrumenten untermalen kann? Ohne Gesang geht auch. Auf jeden Fall. Die Sonne ist echt cool drauf. Ja, mit der Sonnenbrille kein Wunder. Dieser Lichtschalter da an der Außenwand. Ich meine, da ist ja auch einer. Wer dann neben dem Bett stehen würde. Aber zwischen den Fenstern, Lichtschalter auf der Höhe. Da muss das Kabel ja so gehen. Komm ich. So, gruselig hier, ne? War aber damals wohl nicht so schlimm. Und damals als Kind hat man vielleicht noch eher Sachen als gruselig empfunden als heute. Wobei, andere Richtungen geht ja auch. Was man vielleicht als Kind ganz toll und nicht so schlimm fand, findet man heute vielleicht gruselig oder ekelig. Ekelig. Eklig. Wenn ich an die Geschichte mit den Kaugummi-Automaten auf der Straße denke, wie ich da früher Kaugummi rausgenommen und gegessen habe. Heute gruselig. Ekelig. Das ist ja auch ein Papierflieger. Boah, die Karte gefällt mir. Alicen hat oben gepennt, oder? Wie war das mit Pink? Wobei, eigentlich alles Pink, aber... Farbe da oben. Farbe da unten. Und mit den Sternen, das passte dann auch eher... Also Farbe und Sterne dann eher zu Alicen. M-O-M-12 M-O-M-12 Wie sie auf die Uhr geschrieben haben. Herzchen für Mama. Mama. Das ist wohl ein Poster für... Von Tyler. Hot Rod. Red Rod. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Irgendwie traurig, aber auch irgendwie schön zugleich. Hallo Alicen und Ali. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Deine Taten und Entscheidungen können in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wenn ich hier gerade Vergangenheit und Zukunft lese, Konsequenzen haben. Wähle mit Bedacht. Wähle Weise. Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Oli hatte Angst. Hast gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen. Aber als Mama abends im Restaurant gegangen ist, hat sie sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch. Die waren im Wasser. Dummkopf. Neben der Fähre... Neben der Fähre gab es jede Menge Wale. Jedenfalls soll ich diese Postkarte darin erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A und O. Allison und Oli Ronan. Zwölfte Canary Road. Dallas Crossing. Plupf. Ein rosa Auto. Äh, Auto? Und das passt aber eigentlich farblich nicht. Vielleicht hat Mary Ann gesagt, gut, wenn schon ein Auto ist, dann rosa. Weil Puppenauto, oh Gott, nicht ein Klemm. Das war dann vielleicht für Tyler. Vielleicht haben auch beide damit gespielt. Vielleicht war das in einem gewissen Alter gar nicht so wichtig. Ich frage mich, ob da noch Schokolad-Test drin ist. Wie die jetzt aussehen würde, die Schokolad-Test. Das Tagebuch ist sicher in Mary Ann's Zimmer. Zwei schreibt sicher. So, nicht ein Klemm. Ich platziere mich recht gut. Hoffe ich. Als der Eiskönig die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still. Ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen. Und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Hm. Hm. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Hm. Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals. Man ändert doch keine Enden. Wobei... Den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Wenn sie einem nicht gefallen. Man könnte ja die gesamte Geschichte ändern. Oder so anpassen, dass sie einem gefällt. Den Verlauf zum Ende hin. Oder so, dass das Ende gar nicht eintritt. Wie der Staub hier einfach rumschwirrt. Schön. Schön, wie Staub herumschwirrt. Na toll. Oh Gott. Nicht einklemmen. Nicht einklemmen. Bilder. Eine Wiederholung. Das Bild hängt mindestens zweimal rum. Das da. Das haben wir hier auch. Da hinten. Moment, Moment. Ein Fuchsschwanz. Übrigens, dass es gerade der Ren, das hier wäre. Da. Warum hängt man sich Bilder doppelt hin? Das ist doch die Marianne, oder? Ist das eine Freundin? Also die beiden Zwillinge sind es nicht. Ne, das war kein Walder auf dem anderen Bild, das Blaue, ne? Boah, jetzt ist doch alles wieder so lange, bis wir da drüben sind. Ja, wir haben es doch eilig. Wir müssen hier... Wie lange hat der erste Durchgang gedauert? Ich sehe besser nach. 27 Folgen, ne? Wobei, wir haben ja gerade das Koboldbuchlesen eingespart. Blaues Wasser, darüber Eisberg, oben links ein schwarzer Fleck. Schwarzer Fleck. Schwarzer Fleck. Road 66. Nicht ein Klemmen. Nein, 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 nein. vorsicht erlassen ganz gefährlich das ist ein anderes ich glaube das bild da oben haben wir später auch noch mal gesehen dass jetzt über teil aus kopf wollte schon sagen es ist ein schmetterling nein piepmerz na könnt ihr euch noch an den code erinnern warte was erkennst du das ja leider das recht in das gemacht der prinzessin einzutreten ein kräftiger stoß dürfte die sache erledigen wir könnten sie mit gewalt öffnen aber es wäre doch witzig ist endlich zu lösen oder wir haben unterschiedliche definitionen von wenn wir sie eintreten müssen wir sie danach reparieren versuchen wir es zuerst mit dem rätsel hast du lustig und beim versteck und am haus gib mal her wonach suchst du denn das bild an der tür es erinnert mich an eine geschichte aus dem buch eine von marianne du erinnerst dich viel besser als ich tja das buch der kobolde war meine idee das durfte auch nie jemand vergessen hier ist sie die mit dem prinzessinnen fest diesmal vielleicht stehen die symbole für etwas in der geschichte geister erinnerungen bilder buch rätsel komischer tag komische kindheit touché also ich bin da jedes mal von auf allisons seite ja gewalt kann schon mal irgendwie eine lösung sein aber nicht bei sowas also wirklich nur in besonderen fällen kann gewalt eine lösung sein aber sowas das würde ich niemals kaputt machen wollen auch wenn ich es einfach partout nicht aufbekommen würde allein schon dass sich jemand die mühe gemacht hat das einfach zu bauen und das funktioniert dann wohl auch noch wir wissen ja dass es funktioniert das würde ich nicht übers herz bringen vielleicht mit dem wissen das hat jemand gebaut den ich überhaupt nicht leiden kann dann kann er die tolle mechanik dafür nix dafür also stellt euch mal vor ein charakter den wir überhaupt nicht leiden können hat das gebastelt aber wenn wir ihn überhaupt nicht leiden können wie ist der in der lage sowas zu basteln wobei wenn ich halt an einen bestimmten denke der im kern ganz gut ist der kern im kern aber halt das problem ist bei dem könnte ich mir das vorstellen ich glaube ich bleibe dabei ich sage einfach ich könnte das einfach nicht übers herz bringen das zu zerstören buch so habt ihr eine eselsbrücke esel taucht gar nicht auf die drei wichtigsten charaktere neben der familie sind doch tessa der eddie und der sam ja ok wie bekommt man den die richtige reihenfolge naja denkt euch mal wirklich die namen klar man muss wissen welche figur welches tier für welche person steht das ist grundvoraussetzung aber die drei wichtigsten sind schon mal und dann geht nach alphabet der eddie also der elch dann von den dreien kommt als nächstes der sam es kommt vor t und tessa auf der drei also elch bär und pelikan dame das ist einer von bestimmt 483 82.000 und zwei eselsbrücken und sie funktioniert tja da guckt teilhaber und zwar sehr glücklich dass es gelöst hat etwas geduld boah das finde ich auch so krass da geht das ding einfach an wir sind drin wo kommt der strom her ganzen haus kein strom aber die funzel bekommt strom mit dem wissen was er listen getan hat wie sie gerade geguckt hat und wie wir könnten unseren erfolg mehr auskosten also hör mal und wie ich das auskosten das darf ich mir jetzt sicher ewig anhören aber die tür aufbrechen wollen ist ja bestimmt nicht so toll gewesen wo sollten wir mit der suche beginnen keine ahnung wo würde sie wohl die persönlichen gedanken anderer verstecken diese taten konsequenzen haben du hast das rätsel gelöst und zwar mit gedanken und nicht mit roher muskelkraft gewalt wo vorsicht findet teilers altes tagebuch drauf achten wir kennen das zimmer schon aber trotzdem immer schön aufs ziel achten hier am fenster stand sie also und hat uns heimlich beim spielen gezeichnet sie hatte uns immer im blick mich hat es gerade richtig gefröstelt ja stellt euch mal vor da würde der wilde jäger im haus stehen und mit seinem blick vielleicht die beiden beobachten na wenn das mal nicht fröstelt gut wir gucken uns das zimmer der nächsten folge an und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss und bis zum nächsten mal